Scheiße, ich hab jetzt Platinum Dust. Wie kann man das wieder zu Platinum machen? Das wird erstmal reichen. Na gut, nicht wirklich immerhin mal. Äh, Zinn, Zinn, Zinn. Das war Zinn und dann das hier und dann Kohl und dann Redstone? Nee, noch mehr Zinn. Erst der Mea-Kur, dann die Venus, dann die Erde, dann der Mars. Verstehst du? Verstehst du? Ach, die kann man nicht stacken. So, Batterie, Batterie, Batterie. Irgendwas stimmt hier nicht mit den Geräten. Das klappt schon wieder nicht. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Es gibt hier noch Bugs. Also. Weg, 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 weg. Batteriekasten. So, den schließe ich jetzt da an. Wenn wir das die Welt nicht abschalten. Das dürfte jetzt nicht passieren. Dann bin ich richtig aggro auf dich. Dann bin ich selber aggro auf mich. Ob du es glaubst oder nicht. Hä, wo ist denn das jetzt wieder hin? Gerade hatte ich den ja noch im Inventar. Jetzt ist das weg oder was? Ich glaube das nicht. Alter Schwede. Wissen das jetzt. Weg ist es wieder. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ah, ha, ha, ha. Ich kapier's echt nicht. Weg ist es. Als wenn das ein Kreativ-Item wäre. Das verschwindet, wenn man nicht mehr kreativ ist. Dann bleib doch mal kurz an Kreativ. Bin ich gerade. Sobald ich kreativ wechsle. Ne. Jetzt ist die Frage, kann ich das. Oh, ne. Jetzt ist es wieder weg. Aber diesmal bin ich nicht gewechselt. So. Rocket Launcher. Diesmal ist er da geblieben. Stuh. Lol, was schittest du dir für Sachen? Das ist verschwunden. Das ist das, was ich mir gebaut hab. Ey, ich denk mir Raketenabführstation. Guck mal, ob sich das jetzt auflädt. Ah, ich brauch beides. Ah. Okay, das macht beides Angst. Ach so, jetzt muss er erstmal, jetzt kreiert er was. Jetzt passiert hier auch was. Jetzt müsste sich das aufladen. Ja. Ja gut, dann lass es das erstmal ganz in Ruhe aufladen. Und jetzt brauch ich mal eben folgendes. Ich muss mal in die Konflikt gucken. Nicht, dass da irgendwas verboten wird oder so. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Nein. Stahl. Was? Benzin. Benzin-Eimer. Ah, das fängt ja schon gut an. Benzin. Scheiße, ich hab jetzt Platinum-Dust. Wie kann man das wieder zu Platinum machen? Äh, in den Ofen. Treibstoff, Treibstoff. Treibstoff, wie mach ich den Treibstoff? Ach so. Alter Schwede, da muss ich mir ja noch so Ding bauen. Das finde ich. Wurde zwar Zeit, dass ich das mal mache. Eine, äh, 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 wie heißt, eine, äh, Raffinerie. Für'n Rocket Launcher. Für Benzin. Für Treibstoff. Treibstoff. Raketentreibstoff oder was? Ja. Du brauchst Benzin für eine Rakete. Das heißt, du brauchst eine Raffinerie. Oh, ich hab noch nicht hab. Ähm. Verdammt, ich hab keinen Bock, mir jetzt eine Raffinerie zu bauen. Ich glaub das alles nicht. Aber das wird Zeit, dass ich mal eine baue. Kann ich mir ja mal eine machen. Diamantzahnrad und ganz viele Tanks. Glas hier. Ich hoffe das funktioniert auch so, weil ich muss mir das jetzt nochmal selber angucken, ob das alles so stimmt, wie ich das glaube. Dann kann der ruhig Stahl machen, dann kann ich die Raffinerie hier mal fertig bauen. So, ich brauche vier Diamanten. Und ich brauche erstmal Sticks für ein Holzzahnrad. So, so weit, so gut. Das ist das Schwerste, was ich hab. Ein Holzzahnrad. So, machen wir daraus ein Steinzahnrad. Ein Eisenzahnrad. Ein Goldzahnrad. Scheiße, ich hab mir einen Holzknopf gemacht. Und ein Diamantzahnrad. Und ein Diamantzahnrad. So, jetzt brauche ich nur noch zwei Redstone-Fackeln, okay. Das krieg ich hin. Und dann kommt das hier hin, die drei Tanks. So, eine Raffinerie. Ich kann so rasten, ne? So, wo habe ich jetzt das Öl? Da habe ich das Öl. Gut, dass ich mir schon mal Öl gemacht habe, äh, geholt habe damals. Raffinerie. Ich kann hier gleich mal rein. Stahl, wo bist du? Stahl, wo bist du? Stahl. Das ist ja mein guter, alter Stahl. So, jetzt brauche ich... Doch noch gefunden. ...irgendwie... ...Engines, die gut sind. Ich könnte... Äh... Was... Wie kann ich mir das mit der... Also, ich weiß ja, in real life, was zum Beispiel eine Öl-Raffinerie ist, aber... Wie kann ich mir das hier vorstellen? Ich meine... Du machst aus Öl einfach Benzin. Ist das also praktisch so ein Block wie ein Meserator, den man antreibt und... Da tust du in den einen Tank da Öl rein und... Äh, diesen Öl, den man aus Kohle macht? Äh, war der Etheröl? Nein, nein, nein. Richtiges Öl, wie du das in der Welt findest. Achso, das schwarze Zeug. Das schwarze Gold, wie es genannt wird. Ja, genau das. Und ich hatte mir damals schon extra ein bisschen was geholt. Da rein und dann wird mir daraus Benzin gemacht. Ja, und zwar in einem 1 zu 1 Verhältnis. Ein Büchse Öl ergibt eine Büchse Benzin. Ach, Büchse. Also muss... Äh, das war ein Beispiel. Das war ein Beispiel. Also, geht auch mit Eimer. Ja. Ist ja eigentlich interessant. Wieso hast du das noch gar nicht gemacht? Ich kam da nie zu. Ich kam da wirklich nie zu. Ich hab bis jetzt auch nie Benzin gebraucht. Wofür brauchst du mal Benzin? Eigentlich ja nicht, nee. Jetzt ist... Wäre nur ganz interessant... Ähm... Ähm, 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 ich mach das jetzt mal folgendermaßen. Habe ich noch Lohnrouten irgendwo? Da. Zwei Stück! Ich brauch mal vier. Was soll ich jetzt tun? Da, ich nehme mir einfach Lohnstaub und mach den zu einer Route. So. Was ist eigentlich ein Rocket Launcher? Der startet Raketen. Hä, ich denke dafür ist die Launcher Plattform. Ja, es gehört dazu. Hä, braucht man eine Launcher Plattform? Guck dir doch mal das Tutorial an von mir. Braucht man beides? Du brauchst ganz viele Sachen. Also, ich brauch eine Launcher Plattform und einen Rocket Launcher. Alles mögliche, ja. Der muss sich ja zwei Launcher Plattformen bauen. Einmal für den Rocket Launcher und dann nochmal an sich. Äh, nö, ich hab dich eigentlich nur verarscht. Du brauchst eine Plattform, eine Frame und eine... Und eine... Signal-Dingsbums und eine Schaltfläche. Wie hältst du denn das nochmal? T3. Gib doch einfach mal T3 ein. Und wozu ist ein Rocket Launcher? Ja, und wozu ist ein Rocket Launcher? Sagen wir mal so, das musst du noch sehen. Ja, was macht er denn? Das wirst du noch sehen. Mann, sag mal bitte. Find's da raus. Mann, ich steck grad echt in der Scheiße. Ich hab mir eine Radargun gebaut. Ja, was ist wohl eine Rakete? Äh, ein Raketen... Rocket Launcher. Denk doch mal nach. Raketenwerfer. Was ist das wohl? Hahaha, slow. Weil ich dachte, das wär das. Und ich hab mir jetzt eine Radargun gebaut. Du mobsst mich. Ein bisschen. Ich hab 66 Enderperlen. Ach, du bist so ein Scheißstück Scheiße. Ich wusste ja nicht, dass du das gleich jetzt bauen willst. Gleich erstmal alles... Aber nur aus dem Grund, weil ich das schon hab. Ja. Mann, jetzt hab ich irgendeine Scheiße gebaut. Nein, find ich gut. Hab dafür jetzt mein einziges Platinum geopfert. Verdammt, jetzt hab ich kein Inva mehr, oder was? Ach doch, da hab ich noch was. Cool. Das... Das wird mir ja alles zu viel. Mann. Alter, ich... Kann einfach... Ich... Ich bin nicht geboren, um zu craften. Das macht mich so aggressiv, ne? Bist halt einfach nur Miner, ne? Ja. Wenn das nicht so wäre, dann wäre Minecraft nix für dich. Man muss mindestens eins von den Banken. Sachen sein. Oh, Mann. Naja, Miner bin ich auch nicht. Ich bin Bilder. Oh. Dann bist du... Kein... Ja, natürlich. Bilden ist genauso wichtig wie Miner. Nein, das war nur Spaß wegen dem Titel. Minecraft. Ach so, ein Miner oder... Das war so ein billiges Wortspiel. Jetzt check ich das erst. Ha, ich bin dumm. Das bist du... Die Frage ist, was war das? Ich glaub, das war Silber. Ja, wenn nicht, dann rege ich mich auf, weil ich wollte die niemals als, äh, falsches Zeugs haben. Verdammt, das war bestimmt gar kein Kolben. Doch, war's. Gut. Ich hab mich auch gewundert. So, ein Endertank. Also, wir haben schon so viele Endertanks. Ich mach mir langsam Sorgen, dass die irgendwann alle nicht mehr klarkommen, die Maschinen, weil einfach jede Maschine sich so viel Zeugs rauspumpt. Ich hab zwei Endertanks, und du? Ich habe mit dem jetzt hier, Query, eine, zwei, mit dem drei, ähm, vier... Alter. Das ist... Fünf. 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 Okay, das ist zu übertrieben. Ja, das ist echt übertrieben. So. Ich bin ein anständiger Bürger. Ich hab nur zwei. Das heißt, du musst dann einen wegnehmen, wenn der nicht klarkommt. Äh, im Prinzip eigentlich nicht, weil im Prinzip ist das für dich eine Leihgabe, den hab ich gebaut. Ach, jetzt muss ich ja noch, dann... Ja, nein, Spaß, wenn das nicht mehr reicht, dann baue ich einfach ein zweites Lava-Dings. Wollte ich sowieso schon mal machen. Ich brauche Stahl. Kommt noch, ich brauche auch Stahl. Ich brauche doch mehr Stahl, als ich gedacht habe. Also, leg los. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hab ich irgendwo? Nee, hab ich nicht. Dann nehme ich mal einen Eimer. Bei Werkzeug müsste ja irgendwo Eimer sein. Ja, hier. Nein! Was denn? Äh, ich... Ich hab mein... Meine Radargang grad gelöscht. Ja, ich... Das ist mir auch andauernd passiert, weil wenn du Rezept anklickst und das machen wolltest, dann BAM! Weg ist sie. Darf ich mir die wieder... Ja, natürlich. Ich hab die mir auch andauernd wieder entschieden. Darf ich mir auch einfach die Einzelteile von dem Teil wiederholen? Von mir aus? Wenn du es nicht brauchst. Ist ja praktisch, weil ich brauch die Radargang gar nicht. Ich hab die nicht extra gelöscht, aus Versehen. Ja, ich weiß, das hab ich auch, das ist ein Bug. Ja, das... Das nervt, ne? Ich geh auf Rezept, da hab ich die in der Hand, denk... Oh, ich hab mir jetzt eine gescheatet, löscht die, oh verdammt. Ja, genau, das ist es nämlich, richtig behindert, ne? Da denkt man, man hat die gescheatet, dabei ist das seine eigene, ne? Ja, gerbottig, äh, Brennerei, äh, Schreinerei. Hab ich nicht irgendwo noch ne Presse? Hier hab ich ne Presse, okay. Oder war das ne Presse? Es war doch ein Squeezer. Und Squeeze heißt Pressen, soweit ich weiß. So, ein Control-Circuit. Und was war da noch drin in der Radargang? Mal gucken. Ach, das muss ich rauspumpen anscheinend, na toll. Ach, Knopf, ernsthaft. Naja, gut. Einfach drei Stahlwagen auf den Knopf, scheiß ich jetzt. Das bedeutet... Eins, zwei, drei, vier... Ach, das waren drei! Oder? Nichts Bild, ne? Drei Stahl waren das. Hab ich keine... Doch, da. Ich würd' Gott sagen. Ein Glasblock? Doch. Und ein Knopf. Wenn es Spaß macht? Ja. Ich hab keinen Bock, mir einen Knopf zu craften. Da schieße ich mir lieber zurück. Ich alter Sack. Das ist echt so ein alter Sack. Ein Lanscher. Ah, ein Lanscher. Der Technik-Lanscher. Der lanscht immer was zum Mittag. Ach, nam 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 nam. Wie macht man Bronze? Hast du vorhin schon gefragt? Und da hab ich gesagt, nö. Wie macht man denn jetzt Bronze? Eins in drei Kupfer. Das versteh ich jetzt nicht. Ja, das versteht nicht jeder, der so schlecht ist wie du. Hölzernes Wasserrohr. Und dann nehm ich einfach diesen Tankblock. Damit mein ich alle drei. So. Ähm. Dann rennen wir wieder rein in diese Riesenhalle hier. Und. Hölzernes Transportrohr. Redstone Engine. Ein Hebel. Lol, kann das sein, dass sich das danach sortiert, wie viel man davon hat? Äh, ja. Cool. Hab ich ja auch vorhin gesagt, sort by number musst du einstellen. Das ist auch standardmäßig drin. Das ist das Beste. Hab ich eingestellt, das funktioniert nicht. Schlecht. Ich hab jetzt einen Benzin, aber ich hoffe, das ist das Benzin. Jetzt rege ich mich nämlich auf. Oh. Nein. Es muss ja das Benzin sein. Ich wollte dich grad schon wieder fragen, wie man Bronze macht. Lol. 4066. Nicht schlecht. Alter Schwede. Schlecht, Mann. Schlecht. Miss. Muss sein Modul. Benzineimer. 4066. Gut. Einfacher Schaltkreis. So ein bisschen schandal. Chantal. Chantal. Lol. Meine ganzen Kabel sind weg. Ach, hier hab ich die drin gehabt. Alter, mit Stahl kann man ja richtig gut leveln. Fällt mir gerade auf, wenn du so einen Stahl-Ofen hast. Bitteschön. Und das brauch ich grad noch für mich. Trotzdem bitte. Oh. Dank. Fliegen. So, jetzt brauch ich einen einfachen Schaltkreis. Das war doch einfach. Äh. Dann hatte man sowas. Ähm. Kabel. Redstone. Einfacher Schaltkreis. Einfach nur einen Benzin-Eimer. Stahl. Oh Mann, jetzt muss ich wieder zurück. Missile-Modul. Yay. Und den Eimer kriegt man wieder. So, Missile-Modul. Äh. Ja. Kann, 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 kann. Jetzt muss ich das suchen. Na, tt, 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 tt. Chini, Konkarne. Da ist es. Einfach nur das und das? Oh. Das ist super. So. Wo bist du eigentlich gerade? In meinem Haus? Weil ich denke mal. Mir ist langweilig und ich komm mal rüber. Ich denke, dass ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob du... Außerdem soll die Zuschauer auch mal wieder sehen, was du da so treibst. Das ist nicht jungfrei. Was mit wem? Ja. Wollte ich gerade sagen, das ist nicht jungfrei. Das wollte ich nicht nur sagen, das hab ich sogar gesagt. Warte, wo nochmal? Ich hab nicht aufgepasst. Ich bin in meinem Haus. Ja, warum bin ich? Es war so viele. Ich komm durcheinander. Meine Kolonialwälder. Bring gleich mal deinen Fäller mit. Oh, zu spät. Ich bin schon da. Dann geh zurück und hol deinen Fäller. Ich guck den selber nach mir auf den Dschungel. Ach, du bist so ein Lappen. Gib mir jetzt einen Fäller ab. Das meinte ich ernst. Aber gut, den nicht. Oh. Guck mir mal deinen Garten an. Oh mein Gott, hier brennt alles. Nein, Spaß. Gib mir auf mein Dach. Wie fehlt dir immer noch Kies? Soll ich dir mal Kies geben? Bitte. Nein, ich hab Kies. Du kannst aber gerne deinen Kies nehmen und da was hinsetzen. Nö. Ich bin so ein bisschen stumpf, dass du hier immer noch den Teich nicht fertig hast. Das war seit Folge 400. Das ist jetzt über 100 Folgen her, dass du diesen Teich da machen wolltest. Ja, es ist jetzt ein Kies.